Ich brauche jetzt dringend eure Hilfe, es gibt eine Abstimmung bei Lootboy, ihr kennt doch alle die App Lootboy und zwar gibt es dort eine Abstimmung, die beginnt heute ab 12 Uhr und zwar wird dort der beste Streamer oder besser gesagt YouTuber gewählt und ich habe eine wichtige Bitte an euch, ladet euch die App Lootboy runter, erster Link in der Videobeschreibung und dort könnt ihr dann für mich abstimmen und der erste Platz kriegt einfach 1000 Euro Leute, kommt ich will jetzt eure Unterstützung sehen, versucht wirklich euren Freunden das zu schicken, dass wir wirklich diese Abstimmung gewinnen Leute, ich bin Mörder, okay mit, mit wem werde ich Mörder, mit Blackjack, okay okay, ach dann machen wir mal gleich paar Sabotagen und ich würde mal sagen wir, killen wir Lukas oder killen wir Philipp, natürlich mal so als würde ich hier auch entschärfen Ich müsste eigentlich Stanni mal richtig abschicken, ey ich muss das so gut spielen, weil die haben mich so schnell im Verdacht, ich muss das jetzt so schlau machen Ich gucke mal, wen ich erst mal killen kann, so, hier ist Cooldown, ach das wäre zu auffällig, wenn ich jetzt jemanden kill, oder? Schwierig, schwierig, weil ich will das so schlau spielen, dass ich auch nicht reporte, wisst ihr was ich meine, weil sonst haben die einen Verdacht, dass ich self-reporte Lukas hatte mich vielleicht im Verdacht Mal gucken Oh, wen kann ich denn killen? Ich glaube ich kill mal Weißstudio, oder? Ey, es ist gerade so schwer jemanden hier zu killen Es ist so schwer, Steel will ich auch nicht killen Oh, Weißstudio, doch, 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 doch Ah ne, ey, wie soll ich denn jemanden killen? Hier ist so viel los, Leute Hier ist einmal Stanni Weißstudio Ey, ich muss von jemandem das Vertrauen gewinnen, aber Oh, Lukas, ah ne, oder? Soll ich Lukas killen? Ja, ich kill Lukas Und ich wende weg Lukas ist tot Okay Ey, die schlechtesten Mörder EU-Westfalen, 1, 2, 3, hallo Ich hab nur eine Frage Äh, Steely, hast du ihn nicht gesehen? Oder bist du einfach so abgehauen? Wo denn, wo genau? Ich weiß, bei Gott, ich weiß es irgendwie Wir waren im selben Raum Da lag Lukas In welchem Raum denn? Lukas schnippen wir als erstes Äh, boah, wie soll ich das jetzt beschreiben in diesen Oh Mann, ich kenn diese Räume nicht auswendig Warte mal Guck mal, wo warst du zur letzten Idee? Du warst genau gewonnen Ich war grad nach Atmen Ich war grad nach Atmen Genau, genau Ey, es überfaut mir in Cafeteria Ja Und ich bin nach links gelaufen Richtung Atmen Genau, du bist nach links gelaufen Und rechts von dir Kann auch sein, dass du den nicht gesehen hast Ich will jetzt nichts zu falsch sagen Lach mal, Steely, lach mal Steely muss grad lachen, ne? Ne, ganz kurz, Leute Ich kann nicht 100% verteidigen, Steely ist es auf jeden Fall nicht Ja, die Mörder Darf ich kurz sagen, wer die Mörder sind? Ich könnte mir schon vorstellen, dass Stoico gerade Self-Report gemacht hat Ja, Stoico für mich raus Ey, hört doch mal auf Ich hab echt nichts gesehen, das ist für mich auch echt Raus mit dir, ey Also, 100% safe, traut mir Ja, ja, ich wollte ja Steely jetzt nicht zu 100% beschuldigen Kann ja sein, dass er nicht gesehen hat Nein, du bist raus, Steely Also, Steely kann ich auch sagen, zu 100% Crewmate Dann wartet du mich wieder und, und, und Also, Weich-Studio muss ich so gemacht, sich immer komisch bewegt Ja, ja, ja Nein, nein, Digga, ich beobachte Ich beobachte Und Steely und Weich-Studio Steely und Weich-Studio Ja, jetzt bin ich raus Ja, jetzt bin ich raus, ja Oh, Digga Oh, raus Oh, raus Oh, raus Oh, raus Hätte ja klappen können Oh, wir sind Imposter Oh, wir sind Imposter Oh, wir sind Imposter Das hier Oha, wie schnell Okay Krass Wo war die Leiche? Wo? In Reaktion, äh, Reaktor Reaktor, blöder, das ist schon Beim Reaktor Reaktor, ja Doch, Blackie hat gesagt Ich war im Eingang gestanden Ja Ähm, hab diese komischen Kabel da verbunden Und danach ist einer reingelaufen Und ich hab die Leiche gesehen in den Reaktor dann Dann bin ich nochmal zurückgelaufen Um zu gucken, wer da steht Und hab dann reportet Du lügst Nein Okay Spaß Ich hab keine Ahnung Ja, aber hast du irgendwen gesehen, A-Wife? Der einzige, wo da in der Nähe war, war A-Wife Aber ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, dass der A-Wife war Nee, nee Also ich hab Blackjack gesehen Und noch einen, aber ich weiß nicht wer Was hast du in Security gemacht, A-Wife? Ich bin einfach nur weggerannt, Digga Guck mal, wie er lacht Guck mal, wie er lacht Ich bin einfach das erste Mal, Digga Ich hab keine Ahnung Ich lauf immer diesen Aufrufezeichen hinterher und mach die Dinger dann Was hast du denn zuletzt gemacht? Bei Security gibt's nur eine Aufgabe Ja, was hast du da gemacht? Er wollte wegrennen Komm, Lukas Wie die ist, keine Ahnung Aber A-Wife, hast du mal Among Us gespielt? Nee, noch nie Ja, dann Keine Roboter Oh nein, jetzt ist er rausgeflungen Ist er rausgeflungen? Jungs, 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 ihr müsst voten Die Zeit Ah, Guck Guck Ich kenn dich doch, Lukas Ich bin schweig Ich hab nicht mal wieder Ey, das sind einfach die God-Coins, Digga Ich hab nicht gewonnen Lukas spielt zum ersten Mal Among Us in Roblox und wird direkt rausgevortet, aber zu Recht Ich kenn doch Lukas Wenn er anfängt auf einmal ein bisschen zu lachen, dann ist es Leute, dann muss er es sein Wer könnte der letzte Imposter sein? Wer könnte es sein? Ich bin's nicht Am Ende ist es Stunny wieder Ey, Leute, wir haben gefühlt 10 Runden gespielt, von den 10 Runden war Stunny 6 Mal Imposter Ich würd mich nicht wundern, wenn das nochmal ist Ich bin halt alleine Wenn mich jemand verdächtigt, bin ich am Arsch Das Deal ist hier Mhhh, also, der liebe Blackjack ist auf jeden Fall zu 100% sicher Der war mit mir zu Gesang gerade in Mad Bay Und wer rannte da mir gerade so entgegen? Wer ist denn gerade in die Mitte gelaufen? Ins Kaffee Und warum hattest du eilig? Du bist ja richtig gerammt, Digga Weil ich da nicht tief bin, Digga Achso, und die Leiche, die hinter dir war, hast du nicht gesehen? Die Leiche, die hab ich nicht gesehen Hä, seid ihr blöd? Ich hab gerade A-Wife rausgekickt Hä, wir Ich hab A-Wife rausgekickt Es haben zwei Leute gevotet Ich hab A-Wife einmal gevotet und jemand anderes Ich Ich war das ich Dann haben wir beide A-Wife rausgevotet Ich hab das A-Wife gewotet Stürmt ich und Stoico, Digga Ey, 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 ey Aber, aber warte mal Ich muss sagen, aber pass mal auf Ich muss sagen, die Leiche war ein Reaktor Und Reaktor ist ja gerade angegangen Das ist ja ein Move, das würde kein Imposter machen Ich bin schon der Wenn Esu aber wegläuft, damit er weiter weg davon ist und dann losst er die Leute dahin Also wenn ich Imposter wäre, würde ich O2 anmachen Das Ding ist Äh, das Ding ist, äh Jungs, Tsu kann es nicht sein, Tsu kann es nicht sein Tsu hat aber gesagt, der hat A-Wife rausgewordet, aber ich und Stoico haben A-Wife rausgewordet Genau, stimmt Tsu kann es wirklich nicht sein Tsu, wir haben doch zusammen da hinten admin gemacht, ne? Er kann es nicht sein Jungs, was machen wir jetzt? Drei, vier Sekunden Aber Aldo, äh, ich hab nämlich auch ein Tsu gebotet Also ich hab geskippt Er kann es wirklich nicht sein Tsu Achso Drei, drei, Brüdi Schade, ich bin euer Detektiv, vergisst das nicht Ich hab dein Leben gerettet Ey Entweder, okay Meine, also mein Verdacht ist Esu oder Stani Weil Stani ist dann zum achten Mal Imposter Und irgendeinen Trick hat der Typ Wenn das jetzt nochmal ist, dann hat der irgendeinen Trick Dann muss der diesen Trick sagen No, die Türen sind zu Hilfe Okay, ich war in Electric Und mir kam einer unten durchgelaufen Von Storage zu Upper Engine Wer war das? Wer war denn grad, Medbay? Ich, ne, Medbay war ich Runde davor Wer war grad Medbay? Goyo war grad eben bei mir noch mit in Cafeteria Kann sein, dass der danach zu Medbay gelaufen ist Stojo Ne, alles cool Genau Also Esu, du bist doch gerade von Storage zu Upper Engine gelaufen, oder? Genau, das hab ich gemacht Genau, ich hab das gesehen Du bist für mich auf 100% safe Aber lass mich ganz kurz ausreden Und du? Lass mich ganz kurz ausreden Ja Stani und Stolko waren die einzigen, die gerade gesagt haben Awive wurde rausgewählt Ich bin mir sicher, dass ich Awive ausgewählt habe Hast du? Ja, der hat Ich was? Also ich hab safe gewolltet Es gab zwei Leute Es gab zwei Leute Und einer hat geskippt Ich hab zwei Leute Genau, ich hab Awive rausgewählt Hast du? Ich auch 100% Leute Ich hab auch Awive rausgewolltet Ich glaube echt, dass es S.U.S. Digga Ich schnack dir S.U. dafür Ich seh ihn zweimal bei der Leiche Ja, du weißt die Story auch die Aussagen von der letzten Runde Digga Ja, du bist der schlechteste Crewmate aller Zeiten Real Talk Warum? Kick mich raus Ja? Und dann haben wir gewonnen Nein, dann haben wir verloren Digga Auch die letzten Runde Ich hab bis jetzt 100% die richtige Calls gemacht Schlechte Ich war bei Navigation gerade Ey, wenn das jetzt nicht ist Dann ist das schlecht Dann ist es traurig, Leute Es tut mir so leid erst hier bei mir Was? Philipp Ey, das war ja so schlecht geschauspielert von Philipp Er war so Ey, es muss doch Philipp sein, oder? Hä? Ich check die Welt nicht mehr jetzt Wart mal, hier ist Weißstudio Okay Ey, ich muss mich glaube ich an Weißstudio halten Sag ich euch ehrlich Ich mach jetzt meine Task, Dinger Fertig Wenn mich jetzt jemand verdächtigt, dann weiß ich auch nicht Also ich müsste doch am aller-safesten sein Jetzt mal gucken Oh mein Gott Ich bin gerade direkt Richtung Reactor gelaufen Da lag die Leiche von Weißstudio Direkt bin ich reingelaufen Und ich hab den einzigen, den ich bei Reactor in der Nähe gesehen habe War Stochko Warum lachst du so komisch? Hä? Du sagst doch Guck mal, die Sache Nein, Dinger, guck mal, Leute Ich hab safe Guck mal, deswegen bin grad Nein, hör doch zu Ja, sag, sag Du willst du gerade leugnen, hast du gerade nicht bei Dings was bei Reactor Nein, ich war bei Weißstudio Das stimmt, gell Aber Ihr wisst selber Wenn ich imposter bin, gell Dann ist es sehr auffällig bei mir Auch wenn ich schlecht bin, gell Du hast freuen sogar Guck mal, wie er lacht Na, ey, ey, ey Ey, Leute, Leute Guckt mal Wartet doch mal Bevor ihr bootet Wartet doch mal Ach, Mann Ich glaub nicht Ich glaub nicht Ich glaub nicht, dass die mir so dummes und zweimal self reporten, glaub ich nicht Leute, ich bin's nicht Ich schwör's euch Ja, danach ist es Stil einfach Danach Stil raus Fertig ist Ey, Mann, so unlucky, dass ich da war Ich schwör's euch, guck jetzt So unlucky Ja Digga, das war noch Oh, guck jetzt, guck jetzt, guck jetzt Guck jetzt, guck jetzt Guck doch, ich schwör auf alles, guckt Oh, nein Oh, nein Steely, 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 Steely Oh mein Gott Ey, mein Kopf explodiert gleich, wenn Steely nicht ist Alter, Mann Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Leute, jetzt bin ich Imposter Und ich muss Steely rauskicken Okay So, gekillt Schnell wenden Okay Das war die Oh nein Alter, ich bin heute ja richtig Meisterdetektiv Aber richtig Ich hab gesehen, wie Stoico Wie geht es? Wir machen wieder die 50-50-Regelung Fight Stoico Es ist nicht Alles klar Fight Stoico, dass es nicht ist, bin ich es Warum bin ich so schlecht? Warum bin ich so schlecht, ey? Mr. Deceptive Hey, aus Prinzip, it's you, it's you Tschüss Stoico Komm, lass mal essen gehen Einfach so, finde ich Ja Alter Ihr seht doch, dass ich's nicht bin ber Und ihr seht das doch, Jungs, ich bin's nicht Oh Ho Oh Nein Hier Krieg Ist das Ich fart Wir haben Dann wir anderen